. Hoi zusammen, fröhliche Ostern! Hoi zusammen, jetzt war ich ein bisschen zu sparen. Hier hinter dem Stein war es echt unheimlich dunkel und feucht. In der heutigen Geschichte hatte es auch so einen Stein. Natürlich ein viel grösserer und schwerer Stein. Okay, das könnte ja etwas creepy werden. Ja, aber nur ein bisschen. Am Schluss gibt es ein Happy End. Ich liebe Happy Ends, cool. Jemand von euch hat auch ein Happy End. Und zwar bekommt ihr jetzt einen Preis. Wir haben ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Danke vielmals fürs Mitmachen. Die Lösung ist, im Bild hat es 10 Fehler gehabt. Einige von euch haben uns das geschickt, die richtige Antwort. Und diese stehen jetzt auf die Zettel. Hier drauf. Und ich darf jetzt das auslösen. Uuuuuuuuuuuuuuuu. Soll ich es wieder vorlesen? Mhm. Der Gihon! Herzliche Gratulation Gihon! Sehr cool! Wir werden dir deinen Preis nach Hause schicken. Dann kannst du damit spielen oder basteln, was es auch immer ist. So, und jetzt ist es Zeit zum Jesusloben und Preisen. Ja, voll. Den Refrain kennt ihr schon vom allerersten Video. Und beim zweiten Lied, das kennt ihr vom Kigo. Und wenn ihr es nicht kennt, müsst ihr einfach mitmachen. Sind ihr ready? Und los! Ja, ja, Jesus ist grösser. Ja, ja, Jesus ist stärker. Ja, ja, Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, der es gibt. Ja, ja, Jesus ist grösser. Ja, ja, Jesus ist stärker. Ja, ja, Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, der es gibt. Nichts! Nichts, aber auch gar nichts. Übertrifft ihn. Nichts, aber auch gar nichts. Komm, es geht nicht mehr. Nein, 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 nein. Nichts, aber auch gar nichts. Übertrifft ihn. Nichts, aber auch gar nichts. Übertrifft ihn. Ist ihm schwer. Nichts, aber auch gar nichts. Anderer Frau. Jesus ist und wird der Grös. Oh, yeah, 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 Jesus ist grösser. Yeah, yeah, Jesus ist stärker. Yeah, yeah, Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, der es gibt. Yeah, yeah, Jesus ist grösser. Yeah, yeah, Jesus ist stärker. Yeah, yeah, Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, der es gibt. Nichts, aber auch gar nichts. Übertrifft ihn. Nichts, aber auch gar nichts. Ist ihm schwer. Nichts, aber auch gar nichts. Kann man seine Liebe nehmen. Nein, 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 nein. Nichts, aber auch gar nichts. Übertrifft ihn. Nichts, aber auch gar nichts. Ist ihm schwer. Nichts, aber auch gar nichts. Anderer Frau. Nein, nein, nein. Ich bin größer. Nein, 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 nein ... Warum fällt der Grösse? Ne, nein, 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 nein ... Und wie schnell ein dünner Planet mitunky? Ja, nein, nein, nein,です, der es gibt. Und wie seien es wieder so fidelity Der nennt den soindreinen Konzern. Der beste Wind, wo's geht. Juhu, bravo! Juhu, bravo! Jesus, deine Liebe ist so unendlich gross. Wie lieb, wie lieb musst du mich haben. Ich stehe da, kommst du nur bloß und bete dich an. Ich bete dich, mein Jesus, an. An meiner Stelle hast du ein Lied auf dich genommen. An meiner Stelle hast du deine Hände durchbohren lassen. An meiner Stelle hast du meine Sünden auf dich genommen. An meiner Stelle hast du dein Leben für mich genommen. Jesus, deine Liebe ist so unendlich gross. Wie lieb, wie lieb musst du mich haben. Ich stehe da, kommst du nur bloß und bete dich an. Ich bete dich, mein Jesus, an. Jesus, deine Liebe ist so unendlich gross. Wie lieb, wie lieb musst du mich haben. Ich stehe da, kommst du nur bloß und bete dich an. Ich bete dich, mein Jesus, an. Ich bete dich, mein Jesus, an. Ich bete dich, mein Jesus, an. Hey, das Lied ist so schön. Es berührt mich immer wieder. Und jetzt wollen wir doch noch gleich zusammen beten. Jesus, danke vielmals, dass du da bist und dass du uns so viel lieb hast. Und es ist so wahr, du bist der Grösste, du bist der Stärkste, du bist der Beste. Und danke, dass du uns so nahe bist und dass du uns so viel lieb hast. Amen. Amen. Hey, wir haben heute bei uns im Kigo einen Gast. Und zwar wird sie uns erzählen, was sie so erlebt hat und berichten, was sie mit Jesus erlebt hat. Herzlich willkommen, Maria Magdalena. Mega schön, dass du da bist. Wir setzen doch gerade mal zusammen alle ab. Maria Magdalena, meine erste Frage. Ist Magdalena dein Nachname? Nein, Magdalena ist nicht mein Nachname. Sondern ich komme eben von Magdalena. Um seine eigene Netze zu sprechen. Deswegen sagen wir mir so. Aha. Hey, ich habe schon einiges von dir gehört, über dich gehört. Einige sagen, du sagst irgendwie eine heilige, spezielle Frau. Stimmt das? Nein, eigentlich bin ich eine ganz normale Frau. Ja, als Teenager war ich eine ganz schlimme Frau. Ich habe schreckliche Sachen gemacht. Das wollte ich aber gar nicht erzählen. Es ist mir echt missgegangen deswegen. Und das schlechte Gewissen hat mich aufgefressen. Ich wusste nicht mehr, was ich mache. Und dann habe ich Jesus getroffen. Was? Du hast Jesus getroffen? Wow, dann ist sie ja mega alt. Und was ist dann passiert? In dem Moment, in dem wir uns getroffen haben, hat er mich vollkommen geheilt. Nicht nur meinen Körper, sondern auch meine Gefühle, mein Denken und mein Handeln. Er hat mir eine zweite Chance gegeben im Leben. Und ich konnte nochmals von vorne anfangen. Mein Herz war plötzlich so voller Liebe und Freude. Es hat sich echt übernatürlich angefühlt. Krass, mega schön. Hey, von daher hast du dich durch Jesus begleitet. Bist du also sozusagen eine weibliche Jüngerin gewesen? Ja, genau. Es gab noch ein paar andere Frauen, die mit Jesus mitgegangen sind. Sicher habt ihr immer wieder gute Momente gehabt. Aber ich glaube, es gibt einen Moment, der sehr, sehr schwierig war. Verzähl euch doch etwas über das Ereignis, das vor 2000 Jahren passiert ist, wo Jesus ungefähr 33 war. Ja, das würde ich euch sehr gerne erzählen. Dafür habe ich noch ein paar Bilder mitgebracht. Wir waren unterdessen schon fast drei Jahre lang miteinander unterwegs. Wir sahen viele Wunder und die Predigten von Jesus gehört. Wir wussten alle, dass das ein Sohn von Gott sein muss, auf den wir schon so lange gewartet haben. Auf jeden Fall sind wir alle nach Jerusalem gereist, um das jährliche Passenfest zu feiern. Jesus wurde mit Palmenwädern empfangen. Viele haben Jesus mega fest geliebt. Aber einige vom Volk haben Jesus für den Betrugen gehalten und haben ihn festnehmen. Und sie haben die Gelegenheit auch genutzt, um Jesus festzunehmen. Während Jesus aus dem Garten Gezenome am Betten war, sind Trömer gekommen und haben ihn festgenommen. Dann haben sie ihn vor das Gericht gestellt, wo schlussendlich zum Tod verurteilt worden ist. Was? Mit welcher Begründung denn? Wegen Gotteslästerung. Bei den Juden durfte niemand überhaupt Gott oder Gottes Sohn sein. Und genau das hat Jesus gemacht, obwohl es in ihm fand ja natürlich die Wahrheit gewesen ist. Jesus wurde dann von den römischen Soldaten verspottet und misshandelt. Er musste sogar sein eigenes Kreuz bis nach Golgatha tragen. Das war ein Hügel ausserhalb der Stadtgrenze, wo man die Verbrecher gekreuzigt hat. Das ist mega schrecklich. Ihr wart aber nicht dabei, oder? Doch, doch. Meine Frauen sind natürlich mit Jesus mitgelaufen und haben mega fest für ihn gebetet. Wir haben zugeschaut, wie er gekreuzigt worden ist. Das war echt schrecklich. Aber wir wollten ihn natürlich nicht alleine gelassen. Und dann ist er einfach gestorben? Ja, es ging noch eine Zeit. Zuerst wurde es für drei Stunden ein Stock finster. Als wäre es Nacht gewesen. Jesus hat aber Kreuz noch einige Dinge gesagt. Und in dem Moment, als er gestorben ist, ist der Vorhang vom Tempel zerrissen. Und es gab das Erdbeben. Dort haben glaube ich einige begriffen, dass Jesus doch der Sohn von Gott ist. Echt creepy war das. Und was ist denn mit dem Leichnam passiert? Am Abend hat Josef, Jesus, durften vom Kreuz nehmen und ihn in einer Höhle begraben. Wir haben ihn selbstverständlich begleitet. Am Samstag haben wir ihn dann den ganzen Tag gebrült. Ich kann mir vorstellen, wie traurig und verlassen ihr euch gefühlt habt. Ich meine, ihr habt ja eigentlich nur Jesus gehabt zu dieser Zeit. Aber was ist dann passiert? Es ist uns so elend gegangen. Wir haben das Weltall nicht mehr verstanden. Jesus war unsere einzige Hoffnung. Wie hätte er sterben können? Wir waren mega verwirrt und traurig. Am Sonntagmorgen haben wir Frauen gedacht, wir gehen zu Jesus ans Grab. Wir wollen ihn einbalsamiere mit feinem Öl. Das haben wir dann früher so gemacht. Und jetzt kommt das Krass. Das Grab war einfach leer. Und vorne dran stehen so heilige Gestalten. Das waren, glaube ich, Engel, die uns gesagt haben, Jesus sei auferstanden. Er lebe ich wieder. Nein, wie ist denn das möglich? Sind wir uns gerade geschaut? Stimmt das? Ja, es war leer. Und dann auf dem Weg nach Galiläa ist mir Jesus sogar begegnet. Ich war einfach nur überglücklich und in diesem Moment habe ich endlich begriffen, was Jesus gemeint hat damit, dass er sterben wird und nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Ich war vorerst so beschäftigt mit Trauren, dass ich das vollkommen vergessen hatte. Ah was? Er hat euch schon voraus gesagt, dass er verstehen würde? Mhm. Ja, schon, aber ich habe doch nicht so auf diese Art gedacht, als Mensch mit einem Körper. Auf jeden Fall hätte er mir gesagt, ich soll es einem Jünger erzählen gehen. Das habe ich natürlich so vorgemacht. Wow. Das ist wohl das grösste Wunder, das du jemals gesehen hast, nicht? Mhm. Mhm. Hey, das war so unbeschreiblich. Es war überwältigend. Jesus lebt. Mhm. Hey, so cool hast du uns deine Story erzählt als direkte Zeugin des Ereignisses. Danke viel, viel Mal. Hey, mega gerne. Tschüss. Macht's gut. Tschüss, Maria. Wow, Deborah, hast du ihre Geschichte gehört? Hey ja, das ist mega eindrücklich. Der Jesus ist tatsächlich Gottes Sohn. Das hat er mit seiner Auferstehung beweisen. Mhm, voll. Weil das können ja keine Menschen machen. Und so viele unterschiedliche Menschen haben Jesus lebendig gesehen. Es gibt so viele Zeugen. Das zeigt uns, dass es wirklich passiert ist. Mhm. Und eben das feiern wir an Ostern. Genau. Nämlich, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Ja. Und er lebt noch. Heute. Übrigens, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist, feiern wir jeden Sonntag Gottesdienst. Aha, krass. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Das heisst, jeden Sonntag feiern wir eigentlich Jesus. Feiern wir ihn, dass er lebt. Genau. Mhm, krass. Das war mir gar nicht so bewusst. Was können wir jetzt mit dieser Information machen? Osterhase essen? Wäre fein, oder? Mhm. Aber vielleicht können wir mal schauen, was die Frauen gemacht haben. Das ist eine gute Idee. Du kannst deine Bibel holen oder sie aufschlagen, wenn sie neben dir hast. Und zwar im Buch Matthäus. Das ist recht weit hinten. Gehen wir zu den grossen Nummern, Kapitel 28, Vers 8-10. Deborah, kannst du lesen? Gern. Also. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich ausser sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Unterwegs begegneten sie Jesus. Seid gegrüsst, sagte er. Und sie liefen zu ihm hin und klammerten seine Füsse und beteten ihn an. Jesus sagte zu ihnen. Habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Und das wäre eben genau unser Auftrag. Verzählen wir das doch weiter. Verzähl deinen Freunden, dass Jesus verstanden ist. Du könntest dir zum Beispiel überlegen, wem von deinen Schulkollegen, von deinen Schulkameraden du dieses Video weiterleiten möchtest. Kannst du es deinem Mami oder deinem Papi sagen. Dann können sie es nämlich mit dem Handy verschicken, falls du noch keines hast. Das wäre doch cool, oder? Dann erfahrt ihr, dass Jesus eben lebt, dass er auferstanden ist. Komm, wir sagen doch Jesus, danke dafür. Voll. Danke Jesus, dass du das Leiden auf dich genommen hast. Danke Jesus. Dass du für uns gestorben bist. Und dass du lebst. Dass du lebst in uns, mit uns. Und hilf uns, dass wir den Mut haben, das weiter zu erzählen, so wie es Maria Magdalena gemacht hat. Amen. Amen. So, wir sind schon zum Schluss von unserem Kindergottesdienst angekommen. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.